Ist der hier? Ne, der ist hier. Meistens ist er ja eigentlich immer am Eingang. Wir müssen einfach auf der Karte gucken. Ja, dann schau doch mal. Warte mal, ich muss in die Stadt rein. Kann ich... Ich kann nicht... Ich kann nicht zoomen, das ist auch blöd. Ist der Briefkasten hier? Eigentlich müsste er immer am Stadteingang sein. Ja, auch bei der Stadt schon? Oder ist er erst in Bré? Ne, ne, der müsste eigentlich auch schon hier sein. Wenn nicht, gucken wir in Bré einfach. Genau. Ist ja kein Problem. Ja, ja. Sollen wir das jetzt eigentlich so machen, dass wir mehrere Missionen annehmen und die dann hintereinander machen? Ja gut, jetzt im Moment ist ja nur immer, geht dorthin, geht von dort dorthin. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit Karl Schössling reden. Genau, der ist außerhalb der Stadt. Wir können aber noch diese beiden annehmen hier. Ja, da sind... Ja, genau. Dann nehmen wir mal erstmal hier Zylinder Brandybock an. Die sieht heute so anders aus. Mit Tee sammeln. Machen wir noch gerne. Und dann nehmen wir noch da hinten noch den Mundosakheim Beutlin. Beutlin? Da müssen wir Keilerfleisch sammeln. Machen wir auch. Oh, das ist ja eigentlich... Das sind noch lockere Aufgaben. Jaja. Und die können wir auch sofort erledigen. Wenn man in so Grabhübelfeldern... Grabhübelfeldern sind, ist dann... ...ist es nicht mehr so locker. Ne. Das stimmt, das kenne ich auch noch. Hier ist auch kein Briefkasten. Naja. Ja, dann ist er im Bray wahrscheinlich. Aber sollen wir dann erstmal die Markierung auf der Map sehen, ne? Da hingehen. Guck mal, steht einer auf dem... Jetzt lang nicht mehr. Schön. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Was sollen wir machen? Erstmal den T sammeln oder lieber das Keiler... Warte, ich guck mal auf der Map, was näher dran ist. Ähm, das Grüne ist... Wo ist denn die Map? Sag mal, wie kann man die aufrufen? M. Ah. Am nächsten dran... Eigentlich alles weit weg. Also wir können eigentlich alles hintereinander machen. Das sind die Farben. Einmal so ein Rundgang. Ja, da machen wir es am besten so. Dann gehen wir am besten... ...die Markierung, die jetzt gerade in der Inge-Map ist... ...entlang und dann... Ja. Ja. Machen wir das. Machen wir das am besten. Ich freue mich ja, wenn wir wirklich ein Pferd haben... ...oder halt schneller laufen können... ...mit so Zauberschuhen, glaube ich. Die habe ich noch in Erinnerung. Ja. Ich kill mal den Wolf da. Das schaffst du auch nicht alleine. Deshalb bist du ja da. Oh, da ist ein Spion. Stufe 4, komm. Wir müssen ja auch mal an bessere Gegner dran. Da muss meine Maus sein. Sehr gut. Ah, den kann ich nie ausnehmen. Das ist ja scheiße. Ich auch nicht. Ah, ist das schön. So ruhig. Ah, das sind die Kyla hier. Ah, gut. Da müssen wir ja das Fleisch viermal sammeln. Renn nicht weg, du blöder Kyla. Was, komm. Die machen ja ein komisches Geräusch. Eins. Kyla Fleisch. Alles mitnehmen. Zack. Da ist noch einer. Jupp. Gleich sofort hin. Wieso röpfen wir an? So. Kyla Fleisch. Guck mal, haben wir schon zwei von vier. Was will der denn? Ach, der läuft einfach nur. Manche halten noch richtig an, irgendwie dann an einen. Ja, die denken dann immer und schreiben mit denen. Ich glaube, auf uns schießt jemand, oder? Ne, auf den anderen. Ja. So, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen gleich noch zwei von den Kyla. Ja, wir müssen eigentlich hier in den Kyla-Gebiet sein. Ja. Da ist zwar einer, aber... Den helfe ich jetzt nicht. Bin jetzt dreist. Da hinten sind noch welche. Komm, lass mal in den Wald gehen hier. Aha. Da sind noch einige. Da. Da ist ein Borstenfell, Dings. Und da hinten ist auch noch einer. Zwei auf einmal. Genau. Hupf, scheiße. Jetzt gerade ruckelt es bei mir. Bei mir auch. Irgendwas ist dann ganz komisch, ne? Komm, erledige. Oh, Level 5. Ah, ist ein guter. So, gleich mal gucken. Nehmen und... Nehmen. Noch einen. Ne, ich hab alle. Aber warte mal, dann muss ich den noch anklicken. Ah. Jetzt. Jetzt hab ich davon auch alle. Gut. So, jetzt müssen wir mal weitergehen. Nur Tee sammeln weiß ich nicht wo. Ja, warte mal. Jetzt werden wir nach Dari schickt. Folgt mir einfach. Follow me. Hey ho, Schweinebacke. Was ist hier denn drin im Baum? Ach, ne, doch nichts. Ich dachte erst mal könnte. Baum. 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 Baum Baum. Ah, guck mal, da ist... Müssen wir mit jemandem... Ja, redet mit Karl Schössling. Genau. Genau, der ist hier. Herr Schössling. Oh, wir kriegen Umhang. Ihr seid das Beste, das uns heute widerfahren ist. Danke schön. So, jetzt entweder die Hose... Ohne abgenutztes Stuffhose. Ohne abgenutztes Stuffhose. Aber wir nehmen lieber die Lederhose. Was besser. Auch mal sofort Lederhose. Lederhose. Wo ist die? Äh... Ohne abgenutztes Stuffhose. Das ist eine neue Mission. Ach, das kriegen wir erst. Ja, das ist eine neue Mission. Dann nehme ich auch mal meinen Umhang. Wir sind jetzt Gefährten. Hallo. So, jetzt können wir aber noch mit dem Knecht reden. Ja, den habe ich schon. Ach so, das ist schon. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Haben wir auch angenommen. So. Suche nach Walter Weizler. Suche nach Wilhelm Hausberg. Und suche nach Theodor Weltlich. Da machen wir das doch mal. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Wieso greifen die Tiere von hier an? Jetzt. Ja doch, die greifen an. Nur ich würde mal gerne... Ja, gehen wir da lang. Ist am besten. So, jetzt müssen wir hier drauf gucken, weil... Die sind tot. Die Armen. Da liegt keiner. Ja, da ist noch ein Schwein. Will ich ja gleich mal sofort umbringen. Gut. So, jetzt geht der. Ja, jetzt reagiert das Arsch auch noch. Körper untersuchen. Sehr gerne. So ein bisschen wie CSI Miami, ne? Ja. Kennst du die Melodie? Ich habe das noch nie geguckt. Ich habe jetzt einfach nur die Melodie. Einfach nur... Ah, und hier sind auch die Heidelbeer-Dinger. Ah, sehr gut. Ich mache mal... Ne, ich mache erst mal den. Oh, jetzt kommt ein Boston-Schwein-Ferkel. Ja, aber die greifen uns nicht an. Das wundert mich ein bisschen. Die sind irgendwie friedlich. Ja. Auf jeden Fall sammeln wir noch ein bisschen Tee. Heidelbeer-Strauch. Und die sind hier am Fluss, die Rennzeit. Da hinten ist noch einer. Noch einen sucht Walter. Genau, der ist irgendwie ein bisschen... Stimmt, die greifen da nicht an, ey. Ja, das wundert mich ein bisschen. Entweder die haben es neu gemacht, dass die nicht angreifen. Jedenfalls die nicht. Ja, aber ist doch... Ist doch eigentlich, äh... Weiß ich nicht, scheiße. Na gut, nervt ab und zu mal. Gerade wenn man da nicht kämpfen möchte. Und dann kommt einer von den Fickviechern. Sammelbitch. Sammelbitch? Oh, da ist aber ein jetzt angelöckter... Nein, 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 ein Dieb. Naja, der ist mir egal. Ja, Level 5 zwar, aber wir sind ja Level 4. Also wird kein Problem sein, den umzubringen. Goldmünzen. Na, Kurzschwert will ich nicht. So, hast du auch Goldmünzen? Nee. Nee? Ah, dann hab ich die... Ja, du hast die schon rausgenommen. Ist auch egal. Ja, Mann. Wenn nicht, kann man ja auch immer, glaub ich. So, ha...